Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Die Schlacht der Mittelerde 1 Böse Kampagne Wir waren das letzte Mal, haben wir Rohan fertig gemacht Und ich überlege mir gerade, ich glaube ich gebe damit eine Armee von Nutz hier rein Weil wir können unsere Armee eigentlich nicht mehr upgraden Kann sie niemand schützen Alles klar Also Vorwärts, Urukai! Wir werden nicht ruhen, ehe der letzte Mensch gefallen ist! Ich kann halt echt Was war denn das, Digga? Heute kosten wir Menschenfleisch Weiter! Weiter! Ich kann halt echt nicht so viel machen, tatsächlich Mit meiner Armee wieder Also ich habe hier schon full up gegradet Geht nicht so viel Ähm Genau, ich schick's mal hier runter Lutz, du kannst mal hier bleiben Weil ich glaube, das könnte sehr schön Schnell da kommen Könnte sehr schnell wieder irgendwas kommen Ähm, ja genau, Aufgaben Vernichtete alle Truppen des Lichts, ist ja klar Vernichtete die Adler dieser Region Ah, ist doch ein Adler gerade, okay Hätte zwei Horten Urukrieger aufeinander Kann ich eigentlich machen, tatsächlich Weil ich muss jetzt sowieso meine Ähm Haltet eure Waffen bereit Dings wieder Leveln Heute kosten wir Menschenfleisch Okay Wann ich muss sagen Weil das kann der auch mal Alleine machen, tatsächlich Weil Dann levelt der auch mal Wenn der das so von der Pfanne macht Das sieht ganz gut aus Ja, lass mir den mal Ich will mal leveln Ähm Derweil mach mir hier mal weiter Zack Wir haben eine Kurbel direkt Und Brauchen wir Belagerungswerke Das ist die Frage Und auf jeden Fall eine Rüschkammer Das brauchen wir auf jeden Fall nicht Also kann man hier und hier nochmal das machen Und Wir laufen mal da weiter Und eine Truppe Geht mal da hin Und Wir machen das hier Aha Das heißt Wir brauchen nochmal Belagerungswerke Alter Und die Produzine schauen wieder Und sind jetzt schon am fighten Tatsächlich auch Das heißt Ähm Wir gehen schon mal Auf die Schlachtband Wieder zurück Weil ich finde ich Dass ich überrascht wäre Natürlich Sie müssen sterben Die sterben doch schon Alles gut Na hat sie da schon Ein halbes Level gelevelt Stimmt wir können ja nicht Ja Da hin Oh Aha Aber das sieht ganz gut aus Aber ich will jetzt nicht Zu viel machen Soll ich hier Dann mach ich mal Ich mach mal zwei Zauer hin Schadet ja nicht Und Heute kosten wir Menschenfleisch Schneller Auf geht's Behalte euch Da mach ich mal Ein hin Oh oh Perfekt Da kommst du alle an Gerannt Nee Verpisst ihr euch mal Ich kann sie riechen Bewegung Oh geil Kommt schon Jetzt Hier entlang Lauf 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 Alter Schwede Soll der scheißt Sie schon wieder Nichts kann die weiße Hand Aufhalten Ich gehe doch Zwei zu mir hin Oh Autsch Der schießt schon wieder Auf irgendwas Alles ok Ist ok Ist ok Ist ok Wir machen mal das Auge Und tun es mal dahin schicken Mit mir gucken Was ist denn da überhaupt Das ist nicht so viel Vorposten Normales Ding Sonst Kann man darauf eigentlich verzichten Ja Und Alles klar Ihr macht was ich sage Überlasst den da mir Wir greifen an Hier entlang Geht von der Seite Brandschatzung Der Feig ist in unserem Lager Lol Der Farms Ok Schneller Sie greifen an Fähre In eure Waffen Ich halte ein bisschen auf Jetzt hier Niemand stellt sich uns in den Weg Alles klar Okay Wir haben es aber schon Ziemlich gut So Wir machen Aller Wir haben ja hier noch gar nichts gebaut Oh Gott Rüstkammer Belagerung Belagerung Und Alter mal Ne warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Die müssen es hier gegenseitig auffressen Müsst du das Gefühl Ne Finde ich dir Ja genau Da ist nichts Ach shit Okay 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 Niemand stellt sich uns in den Weg Niemand stellt sich uns in den Weg Ich bin der Menschenfall Menschenfleisch Alles klar Nichts kann die weiße Hand aufhalten 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 Kämpft Hier entlang Der Feind Er greift an Macht euch kampfbereit Die Uhren weiter Die Weißer Weißer Und groß genug Wicht ist Klar Alles klar Lasst keinen am Leben Hier entlang Jetzt Jetzt gehen wir mal wieder darüber Nichts kann die weiße Hand aufhalten Ich finde der rennt ist so geil Oh der Bottschirme Lauf 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 Ihr macht was ich sage Heute kosten wir Menschenfleisch Macht euch kampfbereit Ab sofort steht wieder Fleisch auf dem Speiseplan Sollte das haben wir dann Auch abgeschlossen Das heißt Wir können jetzt da einfach hinschmeißen Wir können nicht noch mehr Soldaten führen Warum nicht Ich hasse es sehr Okay das heißt Wir müssen so langsam Rambeck wird über Liste Ist eigentlich egal Ich kann sie riechen Verschont niemanden Macht ihr Macht ihr Noch mehr Soldaten führen Wir treffen an Weil Feuerpeile sind fertig Oh Jetzt nochmal geopfert Schafft die neue Balliste nach hinten Alles klar So jetzt haben wir die Balliste Jetzt könnten wir es eigentlich direkt auch schon finishen Aufwachen Weiter Weiter Ey Ist das scheiße Nein Sie müssen stärken Diese schweren Eistungen Der Feind Lol Das ist einfach da Das ist weg vor uns Das ist einfach da Reif Wasser Die neuen Klingen sind fertig Laufs schneller Herr Feind Dieser Ort schafft die neue Balliste nach hinten Weiter Nun geht es so dumm Das die Ne 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 weil wir haben wie die wir haben dann vor posten gebaut das müssen sie ja nicht alleine schlafen okay balliste haben wir zwei zwei zirme ja so bist du denn zerstört das gebäude das ist immer noch mit dem gebäude beschäftigt gewesen bereit machen der feind ergreift aufwachen nicht zurückfallen bereit machen spannter seil fielen zielen zerstört das gebäude zu hören zu hören wir haben die urugrube vergrößert noch mehr urugs kommen noch mehr soll nachziehen mh 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 rhein 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 los los müssen die scheiß nicht mehr bauen ein paar passen kaufen einfach ihr macht was ich sage zielen nicht fallen lassen werft es um hochhalten ihr maden lebt es in schuld und asche hochhalten ihr maden reist es ein vor sich einer dieser besser als unter weg vor sich einer dieser besser als unter weg zerstört es wer stand das sei wir haben die urugrufe wir haben die urugrufe wir haben die urugrufe wir haben die urugrufe ich sage bewegung urugrufe wir wimmelt es von feinden fache das ist leider gar und es war's oh mein gott die türbes sind mega nervig oh ja schuldig jungen ich hab gar keine armee mehr scheiße das ist nicht gut das ist gar nicht gut boah ich bin auch immer voll im fokus bei diesen let's place ich müsste eigentlich viel mehr labern aber ich kann es nicht weil ich so am fokusen bin die ganze zeit oi 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 westfold erobert wir erobern hier ganz sehr geil so stolzen pferdeherren zittern vor angst alles klar okay wenn euch dieser part gefallen hat dann lasst doch gerne einen kommentar like oder das abo da das wäre mich sehr freuen wenn ihr aufs nächste video gehen wollt ich habe es verlinkt falls es überhaupt schon online ist natürlich so da dann könnt ihr euch den nächsten part angucken ähm ansonsten würde ich sagen es war mir eine ehre äh ich wünsch dir euch noch einen schönen tag und wir sehen uns beim nächsten mal bis dann haut rein dann 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 dann